OAAD.de, one every day keeps the doctor away. Und brauch 136 Gesamtbewertungen, eine additional Sternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Wolltest du nicht auch schon immer mal Star einer Trash-TV-Serie werden? Mit dem Trash-TV-Maker kannst du für dich und deine Freunde lustige Bilder mit Bannern erstellen. Lass dir da einen passenden Spruch generieren oder erstelle den Text selbst. Ändere das Logo und passe den Logo-Text an. In der App gibt es unter anderem Banner für Dschungel-Camper, ich bin kein Star, ich will ins Camp, Schwiegersohn gesucht, Schwiegertochter. Naja, diese ganzen Sendungen halt, die es so gibt in abgewandelter Form und so weiter. Ja, ist ganz witzig, so um 2 Minuten Spaß zu haben oder auch 3 oder auch 4 vielleicht oder ab und zu mal 2 Minuten Spaß zu haben auf Dauer. Gut, kann man sich ein eigenes Bild von machen, kostet nix, soweit ich weiß. Ich hoffe nicht, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Ihr findet das in den Show Notes zur heutigen Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App A Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info at oaad.de, facebook.com slash oneappatark, gplus.eu slash oneappatark oder eine Ad-Menschen an twitter.com slash oneappatark.